Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Survival Homebuilding. Wenn ich einmal den Satz hinkriege, ohne mich zu versprechen, das wird ein Fest. Gemeinsam mit dem Excel, by the way. Hallo. Grüe. So, was machen wir heute? Wir suchen uns eine Apotheke. So ist es. Also wir sind jetzt an dem Survival-Aspekt vom Homebuilding-Aspekt, weil wir sind nämlich infiziert. Mhm. Die Frage ist nur, das sieht man hier irgendwie, wir müssten in die Stadt. In die Stadt. Pass mal, mittelst, jetzt warte mal. Ja, warte mal, in die Stadt. Pass mal da, so. Meinst du, da ist was? Ich hoffe. Na ja, ich habe einen Schnaps gefunden. Das ist bestimmt auch gut. Das ist eine, die Beurigung, oder? Ja, das ist bedrückt alles. Ich bin noch da. Oh, Kili-Boy. Mein Chat verlässt mich nicht. Sehr schön, so muss das. So muss das. Noch ein paar Pfeile gefunden. Sehr gut. Ach, warte mal. Haben wir nicht, warte mal, was haben wir denn hier hinten? Wir haben auf jeden Fall Go-Nuts, Go-Nuts gefunden. Das ist schon mal gut, ne? Dann ist, dann dürfte, ähm, normalerweise, Alter, ist hier ein Nebel, oder was? Vielleicht ist er einfach nur Apokalypse. Äh, nee, ist Tag 4. Achso, du meinst, dass die Stadt von Zombies bewohnt, und das ist jetzt nicht so apokalyptisch. Achso. Du hättest es jetzt als Normalzustand verstanden, okay. Naja, aber ich sag mal so, es gibt ja immer so die, die, die ein oder anderen Menschen, die schön ein bisschen komisch sind, oder? Meinst du, ne? Ja, schon. Gibt es hier keine Stadt, habt ihr irgendwo eigentlich? Das Schöne ist halt, dass wir hier eine Stadt haben, das heißt, es kann eigentlich schon sein, dass es hier irgendwo eine Apotheke gibt, die Frage ist halt nur, wo. Lass mal hier durchsuchen, hier gibt es bestimmt irgendwas. Oh, Fludge. Fludge. Bleib liegen. Ah, Pump and Peels. Was für ein Ding? Na, Pump and Peels. Oh. Ui, da gibt es doch bestimmt was. Bestimmt. Du guckst, ich mach den hier mal. Ich gucke. Achtung. Okay, wenn du bohrt. Na, gibt es denn was? Geht's da, Hilfe. Oh ja. Warte, wo bist du? Wo bist du? Ah, hier. Ich sterbe jetzt dann beim Doktor. Lün. So, hier vorne hast du schon durchsucht, die Regale. Moin. Ich glaube. So, hier ist schon, hier ist leer. Gib jetzt hier. Hm, ne Pflanze. Oh, keine Sau. Eine Kaffeepflanze, alter doch. Ja, aber ich... Bin jetzt so ne Kruse her. So, hier, Korb mit Milun. Milunsamen gefunden, okay. Was haben wir hier? Ah, da wird ja, du kriegst es erstmal wieder drauf. Zack. Ähm, ich schau jetzt da hinten nochmal bei die Peels, ob da was. Ja, mach das mal. Alter, jetzt. Alter. Okay, wunderbar. So, was haben wir sonst noch hier? Ich habe die Toiletten gefunden. Holz gefunden, okay. Bei den Toiletten, was gescheites dabei? Immer Weltuntergang. Das gleiche wie immer. Ich sehe nichts. Ich bin auf der Nacht blind. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Immerhin. Uh. Immerhin Ebbes. Oh, was haben wir denn hier? Ah, noch ein paar Pillen gefunden. Haben wir hier. Oh, das ist ein ganzes Kaufhaus. Mhm. Jetzt habe ich sie alle getriggert. Bist du da vorne durch? Kommst du auch mal wieder runter? Junge, das sind ganz schön viele. Wo bist du? Aha. Hast du wieder alle F geweckt, oder was? Hilfe. 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 Ich habe keine Ausdauer zum Kämpfen. Verdammt. Ich hätte Munition mitnehmen sollen. Waffe ohne Munition bringt nichts mehr. So, jetzt aber. Jetzt aber. Blöde, cool, blöde. Wunderbar. Ich habe Toiletten. Ah, ne, hier ist noch was. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Okay. Wer noch ist denn? Lebst du noch? Ja, noch. Noch. Alter, meine Alten ist kalt. Das ist mir auch noch nie passiert. Mhm. Ja, wo bist du? Kann ich nicht. Junge, die werden von so vielen Zombies verfolgt, Alter. Wo ist sie denn? Wenn du mir mal sagen willst, wo du hingerannt bist. Raus. Ach, Lül, ich bin noch drinnen. Nein! Oh. Nein! Warum? Was tust du? Mich hat es da sogar ein bisschen zerfetzt. Warte, ich komme, ich komme zu dir. Was am Tagst. Ah, der ist überall, überall, überall. So, warte, ich bin gleich mal. Ah, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Ist du? Ja. Uh, Infektion, heim, 10%. Heile. Das ist auch mein Tod, kann man das schon mal noch nehmen. Mhm. Macht sich ganz gut. Hallo. So, warte mal. Ähm. Warte mal, passt das? Ja, also ich könnte es wieder. Ah, Lül. So, warte. Jawohl, so passt das. Ich komme. Mit der richtigen, mit der richtigen Waffe. Kommt zu dir geflitzt. Die Frage der Fragen ist, wo sind die jetzt alle hin? Manelo, moin. Da schau mal auf. Na, die sind bestimmt alle zerlegt mittlerweile, nicht? Ja, wenn du das so gemacht hast, dann würde es schon so sein. Wie? Ich. Was bist du für ein Zombie, Alter? Der läuft halt weg von mir. Na, der will vielleicht nicht. Das weiß ich noch nicht so haben. Ach, das ist jetzt schon mal ein bisschen. Nein, du Hohn. Das ist vielleicht schüchtern. Nein, du Hohn. Bist du wieder drin im Häuschen, oder was? So, ach, da müssen bist du noch. Ja, da gibt es Chicken Nuggets. Ich komme zu dir. Ich habe mir hier schon alles abgesucht. Ach, da bist du. Hier war ich schon. Alles. Nee, hier war ich noch nicht. Nee, hier war ich noch nicht. Doch, doch, hier war ich schon. Hier habe ich schon abgesucht. Warte, und hier? Ja. Hier drin ist auch schon leer. Ja. Ja, ist schon. Ist schön leer, aber hier gibt es auch noch so eine Tür. Lagerraum. Ach, schau durch die andere Seite vom Kaufhaus. Okay, ähm. Hm, mir geht's hinten raus. Ähm. Vielleicht mal nach oben. Ja. Na dann. Auf die Post. Uh, uh, uh. Stipp. Stipp. Der Chef hat gerusert im 16. Monat. Dino. Vielen, vielen Dank dafür. Und für dich im neuen Jahr. Das Herzschne, was von Herzen kommt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Stone Cold hat auch gerusert. Vielen, vielen Dank auch dir. Dankeschön. Gibt es auch das Herzschne, was von Herzen kommt. Dankeschön. So. Haben wir hier was. I would like to have some medics, please. I need some antibiotics. Äh. Schmerzmittel brauchst du? Ne, Antibiotika. Ne, ich hab nur Schmerzmittel. Ich kann dir nur Schmerzmittel geben. Mehr leider nicht. Warte mal, hier ist Fadenrad. Ne, da geh ich nicht durch. Da fliege ich, es wird dann Lüften. Ist nicht gut. Ist der alles durchsucht? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es der Bun mal. Okay, gut. Macht nicht Bun. Hätt ich dann schon gemerkt. Mhm. Haben wir hier drinne? Hier ist es. Alter. Warum denn nicht? Ja, ich lasse dich hier mal raus. Ja, ich lasse dich. Wunderbar. Kommen Sie, kommen Sie. Das ist ja schon so. Aber jetzt. Ne, da steht nochmal auf. Okay. Und dann. Warte. Jetzt. Jetzt liegt er. Das ist nicht drin. So, Getränke haben wir. Juhn. Ein Chicken. Ja. Look at all these chicken. Ja. So. Das war mal. Haben wir hier noch was? Oh, da steht sogar Chicken. Die Tür ist verschlossen. Oh, Fanny. Verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Das ist ja einfach hier den Herr zurück. Was denn? Ne, an der anderen Seite war's drin. Beim Herrn. Ja, einer. Aber einer. Wir klopfen uns jetzt einfach durch, hätte ich gesagt. Hm. Ja, geht er. Wie ist es mit deiner Spitzhecke? Die ist gar nicht so schlecht, oder? Ja, die Spitzhecke ist für Metallgut. Die geht schneller. Ne, hier ist dann. Oh, warte mal. Gibt's hier oben noch was? Ja, safe. Ich mach mal hier unten, da weil die Tür auf. Ja, ich guck mal hier oben. Hier gibt's. Ne. Äh. Erwecke ich zum Nies, oder erweckst du zum Nies? Ne, ich hab hier ein paar Zierer. Verdammt. Wartet, Leute, ich muss das nachladen. Bleiben Sie stehen, junge Frau. So. Bleiben Sie stehen, junge Frau, damit ich sie nicht schließen kann. Hm. Genau. So, wunderbar. Ich kämpfe dabei echt mit der Tür. Warte, ich geh ja noch mal ein Stückchen weiter hoch aufs Dach. Verdammt. Na, dafür, dass es da hätte Pillen geben sollen, sind wir jetzt irgendwie, was die Pillen angeht, nicht ganz so weit gekommen. Ne, leider nicht. So, es geht nochmal eins hoch aufs Dach. Na, Himmel, ja, Gott, nein, was gibt's denn? Gibt's aber auch nichts weiter, oder? Alter, halt ab. Alle vier Stück, weißt du, vier. Hätten die nicht mir wenigstens helfen können, die Tüte kaputt zu machen. Halt ab, du. Dummer. Gibt mal's. So, ein Ei hab ich gefunden. Werkzeug ist da. Ah! Aber sind's nicht weiter. Okay. Hinten die, hinten die, hinten die. So. Ich muss noch ein paar Knochen mitnehmen. Gott im Himmel. Was ist mit dir? Anschleichen jetzt schon die feine Art, oder was? Ah, warte. Immerhin gibt er mir hier eine Sache, die gebrauchen kann. Verdammt, du musst nachladen. Nein. Bleib doch stehen, du dummes Auge. Warum rennst du denn so? Jetzt aber. Oh. Huhu. Acht. Das sind nicht Worte zu passen, da gaben. Huhu. Schenk der Community nochmal 25 Sub-Geschenke. Huhu, du verrückter Hund. Dankeschön. Dafür für dich nochmal ein Gruß von meinem Herzen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. So. Unglaublich, dieser Kau. Danke, hoho, wirklich. Du bist einfach ein verrückter Hund. Nicht im Rund zu passen. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Sag mal, brauchst du irgendwo Hilfe? Ich weiß das noch nicht. Weiß das noch nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum die immer wieder reinrennen, wie aus sie ist. Warte, ich muss sehen, dass ich irgendwie zugehebe kann. Ähm. Da bist du. Warte, ich hebe ja gleich. Ich bin am Nachladen. Äh, ist ja so schnell hier. Jetzt. Hashten? Nein, es kommen immer mehr. So, aber jetzt. Ich schalte dich wieder auf. Ach, du, ich komm runter, oder? Ja, bitte. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, so. So, aber es kommt dir nicht zu, äh, äh. Oh, Alter, jetzt war ich aber erschrocken. Meine Herren, das kenn ich auch schon vorher. Ich sag' ich schon vorher, weil... Richtig ist aufzeitlich da auf einmal an, neben dir, gell? Das ist kurios. Das ist nicht so, was mir immer passieren kann. Nein. So, jetzt nehm ich aber die Keule wieder. Warte, erstmal die Keule reparieren. So. Gut. Heute ist repariert. Oh, ich hab meine Kiste. Warte. Erstmal aufmachen. Aber ich würde sagen, ähm, liebe Zuschauer, während wir hier... Oh, ich hab' nen Topf gefunden. Während wir hier noch ein bisschen weiter suchen und, ähm, versuchen, noch ein paar, äh, ja, wie soll man sagen, ein paar Pillen zu finden, könnt ihr natürlich erstmal kräftig in die Kommentare schreiben. Und, äh, einfach mal Tipps und Tricks natürlich auch da lassen. Und, äh, wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Jetzt haut doch mal ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.